Freu mich! Ja, dann sieh, was machst du nur? Du machst doch Gaslighting pur. Von Egoismus willst du Drogen? Seater, das wird sich noch lohnen. Die Leute blockieren dich zurecht und machen dich dann auch noch schlecht. Die Egoisten sind selbst bezogen, sie wollen alles von dir holen. Du erfüllst Bedürfnis nicht, pass auf den Kontakt, denn breche ich. Und wartest du es mir zu kritisieren? Jawohl, dann werd ich dich blockieren. Der Horrorstand der Lästerei, sie reden für sich einerlei. Mach sich auf Facebook noch zum Affen, ihnen wird vergehen das Lachen. Steht auf, wenn ihr für Lästern seid. Steht auf, für Opferhaltung seid. Steht auf, wenn ihr seid bereit und macht mich fertig. Alle Zeit steht auf, wenn ihr für Lästern seid. Steht auf, für Opferhaltung seid. Steht auf.